Gut, ja da kamen wir her und jenseits des Dorfes schätze ich mal, dass es dann hier lang geht. Erstmal möchte ich mich dann doch noch ein bisschen hier auf dem Steg umgucken oder ist das einfach nur die Verlängerung des Stegs, von dem wir herkamen? Okay, aber nur ein anderer Steg. Und überall wieder diese seltsamen Symbole, die wirklich alle so tierische Angst vor Geistern oder vor dieser angeblichen Hexe haben. Ich weiß es nicht. Es kommt mir auf jeden Fall nicht ganz geheuer vor. Also ich muss ja mal sagen, es ist eigentlich ein schönes kleines Städtchen. Wollen die vielleicht mit mir reden? Die Dame vielleicht? Ich würde mit der Dame reden, nicht mit dir. Trübelhafter Trübel. Die Türen vielleicht auf? Nee, okay. Ach, das geht jetzt einfach zum Haus. Ich dachte, da wäre ein Friedhof oder sowas. Gut, über eine kleine Brücke hinweg. Und damit sind wir jenseits des Dorfes. Und, ja. Hier finden wir das Herrenhaus wieder. Ein sehr stattliches Herrenhaus, muss man sagen. Löwenskulptur oder Statue am Eingang. Ich bin mal sehr gespannt, wie das von innen aussieht. Hoffentlich bin ich nicht für den Rest der Nacht ausgesperrt. Eine Türglocke. Schöne dich fort, Bettler. Es ist spät. Bring mich nicht dazu, den Koch aufzuwecken. Guten Abend. Ich bin Amadei Finvenero, Ermittlungsbeamter seiner Majestät. Ich bin hierher gekommen, um den Tod von Patrick Windham zu untersuchen. Oh, guten Abend, Sir. Willkommen im Hause von Baron Arthur Windham. Ich bitte um Verzeihung, Sir. Wir hatten euch nicht vor morgen früh erwartet. Der Baron hat sich bereits zurückgezogen. Wenn ihr mich einen Augenblick entschuldigen wollt, so werde ich euer Zimmer für euch bereit machen. Sehr ungewöhnlich. Jetzt bin ich nun also endlich im Herrenhaus angekommen. Dem Äußeren des Gebäudes, speziell im linken Flügel nachzuurteilen, würde ich sagen, die finanzielle Lage des Bürons ist nicht gerade rosig. Der Butler war zunächst etwas reserviert und hat sich noch nicht einmal vorgestellt. Im Schreiben des Gouverneurs steht, Sein Name sei Belfor Belmond und schon seine Vorfahren haben seit Generationen im Herrenhaus gedient. Leider schlafen alle Bewohner des Herrenhauses bereits, also werden die Befragungen bis zum Morgen warten müssen. Eine Kleinigkeit fiel mir noch auf. Als der Butler nach oben vorausging, neigte sich eines der Bilder zur Seite. Vielleicht sind die Gespenster am Werk. Der Baron sollte sich besser um diese alte Gemäuer kümmern. War es jetzt wirklich ein Geist oder ist das ein sehr, sehr schmutziger Spiegel? Warum dieser Weg hier wohl versperrt ist, ich muss den Butler danach fragen. Das erinnert mich, das sieht einfach wie ein Spiegel aus, aber das kann einfach eine Marmorplatte oder sonst was sein. Ich weiß es nicht, weil es... Achso, okay. Ne, wenn wir jetzt mal längst oben gucken, ist es einfach nur eine Betonwand. Ich habe Schritte hinter der versiegelten Tür gehört. Schritte, interessant. Es wird immer, immer seltsamer, was hier in diesem Haus vorgeht. Hm, wo sind wir denn hier gelandet? Abgeschlossen. Okay. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Okay, hier kommen wir rein. Das scheint die Küche zu sein. Okay. Es scheint aber niemand wirklich drin zu sein. Ja, wahrscheinlich schläft der Koch schon. Feuerchen brennt aber noch. Gucken wir mal kurz in den Keller. Vielleicht hat sich da ja jemand versteckt. Ja, wir sind nette Gäste. Aus dem Butler sehen wir niemanden, aber gucken uns schon im Haus um. Aber gerade wenn die Leute schlafen, hat man endlich mal die Chance, sich umzugucken. Was haben wir denn da? Eine Flasche. Was für ein merkwürdiger Geruch. Im Keller habe ich eine seltsame Substanz mit einem ganz eigenartigen Geruch gefunden. Okay. Er hat zum Kochen. Ist das schon ein bisschen seltsam. Riecht er jetzt nur da dran oder kann er die mitnehmen? Was für ein merkwürdiger Geruch. Okay. Er bemerkt nur, dass der Geruch komisch ist. Vielleicht müssen wir den Geruch irgendwann wiedererkennen in irgendeinem Zusammenhang. Okay. Ich arbeite. Ich arbeite. Ich will hier aber nur greifen und sich zum Beispiel auch nichts angucken. Verstehe ich nicht ganz. Man könnte es hier wenigstens mal so angucken, was für netten Weinvorrat die Herren haben. Ich denke, dass alle anderen Türen, auf die wir jetzt stoßen werden, schon verschlossen sind. Ich finde, dass da wird wahrscheinlich das Gemach des Kochs sein. Das haben wir ja auch noch nicht probiert, aber da komme ich sogar gar nicht ran. Dann werden wir uns mal in Richtung des Butlers begeben. Und dann vielleicht das erste Mal zur Nachtruhe betten. Aber vorher möchte ich definitiv das Bild untersuchen, was sich bewegt hat. Dieses Porträt hängt irgendwie schief. Ob das wohl der Butler gewesen ist? Ich glaube nicht, dass er da einfach nur dran vorbeigerannt ist und so viel Luftschwung verursacht hat, dass das Ding... ...übel aussehender Bursche, ob er wohl Piratenüberfälle angeführt hat? Das hier scheint ein Paar gewesen zu sein. Ich sollte den Butler nach ihrer Geschichte fragen. Herr Meister Finn-Binero, euer Zimmer ist bereit. Wenn ihr mir bitte folgen wollt. Hier ist euer Zimmer, Sir. Ich bedauere sehr, euch nichts mehr zu essen anbieten zu können. Es ist spät und der Koch schläft bereits. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Würdet ihr mir vielleicht ein paar Fragen beantworten? Ich stehe zu euren Diensten, Sir. Ich denke, er weiß mehr, als er zu erkennen gibt. Ja, ein Butler weiß eigentlich immer alles, was in einem Haus vorgeht. Gut, was ist in diesem verlassenen Flügel? Warum ist der Eingang zum linken Flügel versperrt? Das Herrenhaus beherbergt nicht mehr so viele Leute wie früher. Der linke Flügel ist seit langem unbewohnt und so wurde der Zugang versperrt, um sich unnötiges Reizen zu ersparen. Hm. Ob das wirklich die ganze Wahrheit ist? Ich habe Schritte in dem verlassenen Flügel gehört. Ihr müsst euch geirrt haben. Dort ist nichts. Kann ich sonst noch etwas für euch tun, Sir? Das glaube ich ihm zwar überhaupt nicht, aber... Soll man bitte die Geschichte erzählen? In der Galerie hängen zwei Porträts. Ein Mann und eine Frau. Wer sind die beiden? Ah, ihr meint sicher die Porträts von Baron Caspar Twintam und seiner Frau Clarissa. Sie lebten hier in diesem Schloss vor drei Generationen. Sind die Urgroßeltern des jetzigen Barons. Okay. Mir fiel auf, dass Clarissa Windhams Porträt schief hing. Hier im Schloss ist es zuweilen sehr zugig. Vielleicht hat die Zugluft es verrückt. Danke. Das wäre alles, Mr. Bermond. Ich wünsche eine gute Nacht, Mr. Finn Vinaro. Das Porträt ist fast so groß wie eine Person. Ich glaube nicht, dass da so ein kleiner Wind was dran macht. Was sagen wir denn? In der Hauptrolle des Herrenhauses hängen zwei sehr interessante Porträts. Ja. Ja, das Paar. Und das war der Anführer der Piraten. Die Frau um den Hals der Frau hat ein interessantes Amulett. Sehr interessant. Okay. Die Situation des Jetzigen Barons ist sogar noch schlimmer, als ich gedacht habe. Der untere linke Flügel ist komplett verriegelt und unbeheizt. Ja, ich denke mal nicht, dass es bei uns hier sehr kalt wird. Aber gucken wir uns mal ein bisschen im Zimmer um. Ich muss sagen, den Spiegel finde ich sehr, sehr schön gemacht. Okay, hier haben wir... Da ist das Bett. Aber schlafen gehen wollen wir noch nicht. Netter Kleiderschrank. Ein Kleiderschrank. Ich verstehe den Sinn nicht. Es freut mich, euch wohl aufzusehen, Sir. Interessantes Selbstgespräch. Gut, frisch machen wir uns nicht. Gut. Ich habe jetzt so oft gut gesagt, egal. Dann setzen wir uns nochmal über die Notizen, die wir diesen Tag schon hatten. Und lass ihnen noch einmal Revue passieren. Nein, Mr. Bellmond. Ich weiß, was ich gesehen habe. Gerade als ich meinen letzten Eintrag beendet hatte, hörte ich in meinem Wandschrank eine Frau singen. Ich frage mich, ob dieser Flügel wirklich ganz abgeriegelt ist. Ich habe einmal von einem Anwesen gehört, dass ein Besitzer seine geheim gehaltene Ehefrau auf dem Dachboten eingesperrt hielt. Um in einem eiskalten Bett zu schlafen, bin ich noch nicht müde genug. Ich werde mich noch etwas umsehen. Tja, ist jetzt die Frage. Gibt es wirklich Geister in diesem Schloss oder hätte er irgendeine Frau aus dem Dorf als Sklavin gefangen oder sonst irgendwas? Nichts Ungewöhnliches. Ich verstehe den Sinn nicht. Ach gut. Dann werden wir jetzt zum ersten Mal ein Item benutzen. Und zwar mit nach unten drücken. Und dann auswählen. Ein Wandschrank mit einem Geheimnis. Ja, so ganz blind ist es an dieser Stelle natürlich nicht. Ich kenne das Spiel bis zu einem gewissen Punkt. Aber sehr weit jetzt auch nicht. Deshalb. Was finden wir da? Sieht aus wie ein Vorhängeschloss. Okay, wir haben drei, äh vier verschiedene Symbole. Die man drehen kann. Okay. Warte mal. Ja. Wenn theoretisch der Schrank jetzt zu diesem Zimmer führt, Das wird sich niemals öffnen. Könnten das, ja. Das Wappen der Familie Windern. Heraldik ist nicht gerade meine Stärke. Doch es scheint auf Piraterie in der Vergangenheit hinzuweisen. Ja, die Kanone war auf jeden Fall in dem, äh, im Schrank. Sprich, wir haben oben eine Fünf, unten die Kanone in Dunkel und in hell den Tiger und, äh, oder den Löwen besser gesagt und die gekreuzten, ja, die gekreuzten Säbel. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit gerannt. Bin ich mir jetzt gespannt. So. Unten war die Kanone. Da waren die Säbel. Mir fällt gerade einfach nicht mehr der Name ein, wie dieses, wie dieses Symbol heißt. Interessant. Eine Geheimtür. Gerade als ich mein, ne, nächste Seite, erfüllt ein Geheimgang durch meinen Wandschrank in den kleinen Flügel, klingt banal wie ein Satz aus einem Abenteuerroman. Ja. Und was wir in diesem Flügel finden werden, seht ihr im nächsten Part. Ciao, ciao. Ciao.